Denise Perrier Lanfrenci ist ein ehemaliges französisches Modell und Schauspielerin. Sie ist bis heute die einzige Französin, die den Titel der Miss World erringen konnte, leben. Die Internatsschülerin wollte ursprünglich Archäologin werden, ehe sie als 1,8-Jährige an der Wahl zur Miss World teilnahm. Bei der dritten Austragung des Schönheitswettbewerbs am 19. Oktober 1953 im Londoner Lyceum Theater Setzte sich Denise Perrier gegen 14 Konkurrentinnen durch und gewann den Titel vor der Griechen Alexandra, Ladikau und Marina Papaelia aus Ägypten. Sechs Schiedsrichter hatten die Frauen nach Aussehen, Betragen und Kleidung beurteilt. Perrier erhielt als Gewinn 1400 US-Dollar und einen silbernen Pokal. Jahrzehnte später auf ihren Sieg angesprochen, gab sie den Bademodenwettbewerb als ihr Erfolgsgeheimnis an. Ich versuchte viel zu schwimmen und viel Sport zu treiben. Ich war sehr hoch gewachsen, so Perrier 2009 in einem Interview mit Aller Times. Im selben Jahr errang ihre Landsfrau Christiane Martel den Titel der Miss Universe. Sowohl Perrier als auch Martel sind bis heute die einzigen Französinnen, die die Schönheitswettbewerbe für sich entscheiden konnten. Der Titel änderte mein Leben für immer, so Perrier. Mit 19 Jahren begann sie eine Karriere als Fotomodel anzustreben und später Modenschauen in Südfrankreich zu organisieren. Ende der 1960er Jahre wechselte sie ins Filmgeschäft und war mit kleinen Rollen in französischen Spielfilmproduktionen vertreten. 1966 folgte ein Auftritt in einer Episode der westdeutschen Fernsehserie Die Tintenfische. Ihre letzte Filmrolle absolvierte sie in dem James-Bond-Film Diamantenfieber. An der Seite von Cine Connery war die dunkelhaarige Französin in einer kurzen Szene als Marie, die wenig gesprächige Freundin des Filmbösewichts Blofeld, zu sehen. Bond zieht Perriers Figur in einer einsamen Bucht mit wirbelndem Griffe das Bikinio-Bateil aus und wickelt es um ihren Hals, um so Informationen aus ihr herauszupressen. Neben der Arbeit als Model begann Perrier zu malen. Ihre Werke wurden öffentlich ausgestellt und sie zählte so bekannte Persönlichkeiten wie den ägyptischen König Farouk oder den Ageakern zu ihrem Käuferkreis. Später arbeitete sie als Publizistin und zog nach Nitscha. Ab den 1980er Jahren war sie dort 16 Jahre als Stadträtin tätig. Sie organisierte unter anderem Kunstausstellungen und Tauschgeschäfte zwischen Museen. Im Jahr 2000 ging sie in Pension. Denise Perrier-Lanfrenschi ist verheiratet und Mutter eines Sohnes. Als ehemalige Schönheitskönigin nimmt sie regelmäßig an von Miss World organisierten Veranstaltungen teil. Ende November 2000 besuchte sie im Rahmen der Miss World Wahl in London ein Treffen von 16 ehemaligen Titelträgerinnen. Fünf Jahre später bildete Perrier-Lanfrenschi mit sieben weiteren ehemaligen Titelträgerinnen die Jury der Miss World Wahl 2005 im chinesischen Sanya, bei der die Isländer in Unnöbirna wie Jamsdottir triumphierte. Im Vorfeld des Schönheitswettbewerbs, bei der die Jury zum ersten Mal vollständig aus ehemaligen Schönheitsköniginnen bestand, war es aufgrund neuer Abstimmungsmodalitäten zu einem Streit zwischen einigen Jurymitgliedern und den Organisatoren gekommen. Diese hatten erstmals eine Publikumsabstimmung eingeführt, bei der zwölfe der 15 Finalistinnen von Zuschauern per SMS, Telefon oder E-Mail festgelegt werden konnten. Um entscheiden zu können, muss man die Mädchen sehen. Wir wissen, worauf wir achten müssen, so Perrier-Lanfrenschi, die zu jenen zählte, die den Fernsehzuschauern die Qualifikation absprachen. Wir können es fast sofort erkennen. Wir wissen, was die Spreu vom Weizen trennt. Schon an der Art, wie ein Mädchen sich bewegt, sehen wir, ob es auch intelligent ist, noch bevor es den Mund aufmacht, erklärt sie. Zuletzt nahm Perrier-Lanfrenschi im Oktober 2010 als Jurorin an der 60 Miss World Wahl im chinesischen Sanya-Teil. Dort kürte sie unter anderem gemeinsam mit den ehemaligen Titelträgerinnen an Sydney, Mary Stevin, Ekber Niederrego, Maria Julia Mantella, Saint-Céline und Xenia Sochinova die 18-jährige US-Amerikanerin Alexandria Milz zur Siegerin. Filmografie, 1967 Tutsvolles Delui, 1968 Die Tintenfische, 1969 Kasimir, Mirgraut vor dir, 1971 Diamantenfieber Bingromeots,cle Belginnen poke und cervige,